Dieser gebrauchte Renault Scenic steht hier zum Verkauf. Der B-Schwen ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 36.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzhaltung, Alufelgen, Panoramadach, ESP, Navigationssystem und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 110 PS und wird über ein 6-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Musik 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 ко Musik Bis zum nächsten Mal.